Der Elektroheizer TDS 10 ist ein kleiner Heißsporn mit überzeugenden inneren Werten. Entwicklung und Design sind 100% Rotec und finden in Deutschland statt. Der TDS 10 vereint solide Technik in einer budgetoptimierten Lösung mit Fokus auf vorwiegend längeren stationären Beheizungseinsätzen. Gegenüber Öl- oder Gasheizgeräten bietet der TDS 10 kondensfreie Wärme. Es wird kein Sauerstoff verbraucht, deshalb ist er optimal zur sauberen Innenraumbeheizung geeignet. Seine kompakten Abmessungen und die flexiblen Möglichkeiten zur Wandaufhängung oder Montage unter der Decke machen ihn zur perfekten Beheizungslösung für Werkstatt, Bauwagen oder kleinere Keller und Lagerräume. Viel Wärme für wenig Geld. Die maximale Heizleistung beträgt 2 kW bei einer ausgestoßenen Luftmenge von fast 200 m³ pro Stunde und ist in drei Stufen regelbar. Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich bequem über ein stufenlos regelbares Thermostat einstellen, das die Heizelemente energiesparend und automatisch nur bei Bedarf zum Permanentgebläse anschaltet. Zusätzliche Highlights für die Praxis sind der Überhitzungsschutz, aber auch der leise und sehr robuste Gebläsemotor mit Thermoschutz. Die schutzvertieften Regler werden durch ihre besondere Konstruktion beim Transport zuverlässig vor Beschädigungen bewahrt. Der TDS-10 Elektroheizer. Einfach. Schön. Warm.